Die 19 hinten raus ist auf Fingerfertigkeit. Hast du noch einen Schicksalspunkt? Bönte man schippen, ja. Ja, ich würde sie auch nicht auf Fingerfertigkeit, sondern eher auf Klugheit als Talent wählen. Also Klugheit, Klugheit, Intuition, weil es eine Theorieprobe ist. Keine Pflückenprobe. Gut, dann wirfle ich mal die 90 neu. Das sieht besser aus. Du hast die Pflanzen erkannt. Die wachsen nur an einer einzigen Stelle. Du hast sie voll Ekel heruntergewürgt. Das, was du gegessen hast, war der Schlick, der nur in Elburum, im erleuchteten Elburum wächst. Feuerschlick. Er schickt Visionen und hilft beim Regenerieren, vor allem wohl von den astralen Fäden. Also, in der Vision. In der Vision hast du diesen Feuerschlick in dich hineingewürgt. Gut, nachdenklich wendet Sulamin sich von der Statue ab. Und macht diesmal einen Bogen um das Wasserbecken am Eingang. Und tritt dann wieder hinaus auf die Straße. Ich möchte zurück zum Blauen Palast. Und ein wenig nachdenken. Und dann wohl auch mit den anderen reden. Vermutlich steht irgendein Leibwächter am Tempeleingang. Denn ganz so sicher fühlt sich Sulamin und wahrscheinlich auch die anderen in Janka immer noch nicht. Und sie übertrottern wieder den Blauen Palast und, naja, das Wohnzimmer, wo sich eigentlich fast immer jemand auffällt. Ja, Mira, jetzt spuck das Stück aus. Mira, das ist mein Stück Elefantenfleisch. Das habe ich dir gestern doch noch gesagt. Also wirklich. Ja, das war meine Tasche. Ja gut, du darfst es behalten. Aber auch nur, weil du so nigglig bist. Oh, Papa kann dir doch nicht böse sein. Das weißt du doch. Ach, hier seid ihr. Es tut so gut, euch zu sehen. Und lässt sich erstmal neben Raphim aufs Sofa fallen. Ich war doch gar nicht weg. Ich glaube, ich war weg. Ich habe das Gefühl, ich war sehr weit weg. Habt ihr auch geträumt? Nicht geträumt. Wie denkst du träumst? Ja, unglücklicherweise. In den letzten Tagen. Ich. Ja, ich hoffe, das geht wieder weg. Bisher ist es immer weggegangen. Aber zu, Lamin, ich habe dich unterbrochen. Entschuldigt. Was wolltet ihr sagen? Nein, nein, Boltax ist, Boltax ist auch wichtig. Aber wir haben schon, wir haben schon darüber geredet. Er hatte schlimme Träume. Ich habe nicht geträumt, Boltax. Ich bin in den Tempel gegangen. Ich habe dir erzählt. Ich ringe mit mir. Ich bin mir nicht sicher, ob ich Yanka sich selbst überlassen sollte. Oder, naja, ob ich bleiben sollte. Deswegen wollte ich meine Herren um Rat fragen. Aber die Antwort, wenn man es denn so nennen kann, war merkwürdig. Ich denke nicht, dass sie es war, die auf meinen Ruf geantwortet hat. Irgendetwas hat sich dazwischen geschoben. Aber ich glaube nicht, dass es jene war, von der ihr geträumt habt. Ich habe das Meer gesehen. Die nachtblauen Tiefen. Ich kann das alles nicht recht zuordnen. Ich denke, es war die tiefe Tochter. Die Tief? Ich dachte, dass nur er, den man den Sohn nennt, schlafe. Aber ich hatte auch den Eindruck, dass sie schläft oder träumt. Und ich habe irgendwelche Pflanzen hinuntergewürgt. Die waren ganz widerlich. Erinnert ihr euch noch, als wir, Gott, Göttin, ich glaube, es war auf der Seeadler. Da hatten wir diese Matrose mit diesem Zeug erwischt. Ah, ja, ich weiß, was ihr meint. Vor Elbe rum. Feuerschlick. Ah, ich weiß, was Feuerschlick ist, ja. Ich weiß nicht genau, was es zu bedeuten hat, aber ich wurde irgendwie emporgehoben aus den nachtblauen Tiefen und war von oben, aber ich war nicht allein. Na ja, vielleicht hat eure Göttin euch hervorgehoben aus den nachtblauen Tiefen, dass ihr eben nicht darin versinkt. Ja, finde ich gar nicht schlechten Vorschlag. Hm. Ich glaube, da waren noch andere... Andere... Nächsten? Oh. Habt ihr sie erkannt? Nein. Nein, nicht wirklich. Ja, waren sie Freunde oder Feinde? Ich glaube, sie waren... Sie waren dem Geist dieses Wesens entsprungen. Wenn sie denn die Tiefe Tochter war... Ach, das ergibt alles keinen Sinn. Es tut mir leid, dass ich es nicht zusammenhängender erklären kann. Na ja, du bist gerade über etwas gestolpert, was dich, na ja, ich sage es einmal so, etwas verwirrt. Das ist ja auch überhaupt kein Problem. Denn Einblick in derartig komplexe Sachzusammenhänge zu gewinnen, das ist nicht leicht. Ich denke, wenn wir alles andere beiseite lassen, so bleibt der Umstand, dass ich Raja um Rat gebeten habe und das Meer gesehen habe. Und ob es nun die Antwort meiner Göttin war oder die Drohung einer der Widersacherinnen der Zwölf... Ich denke, es hilft mir in jedem Fall bei der Entscheidung. Es ist nichts, was ich ignorieren kann oder darf. Ich habe nach meinem Schicksal gefragt und mir scheint, mein Schicksal liegt im Meer. Nicht ein Janker. Ach, wisst ihr was? Euer Schicksal liegt bei euch selbst. Nicht einmal die Götter wissen wirklich, was das Schicksal für uns bereithält. Ihr seid für euer Schicksal verantwortlich, Sulami. Nun, dann sollte ich vielleicht auf mein Herz hören und mit euch gehen. Und sie breitet die Arme aus und drückt Trafim und Voltag es einmal so an sich. Ja, sehr vernünftig. Ich meine, wenn wir nicht mehr hier sind, was ist das für eine doofe Stadt? Ja, das habe ich mir auch gedacht. Das wäre schrecklich ohne euch hier. Dann hättet ihr nur noch so einen wunderbar schönen Malmachor-Tempel. Der wäre natürlich was, aber sonst... Ja, der wäre ja dann auch nur ein Erinnerungsstück an euch, das mir eigentlich nur Kummer bereitet, wenn ich ihn ansehe. Ja, ihr hättet eure Götting gar nicht fragen müssen, sondern einfach mich und Raphim. Wir hätten euch das auch gesagt. Richtig, richtig. Vielleicht hat sie mir deswegen keine richtige Antwort gegeben, weil es eine dumme Frage war. Oder weil ihr die Sache längst geklärt hattet. Also von ihrem Herzen aus gesehen. Ja, ich denke, ich werde die Tage noch tun, was ich tun kann, um Janka in einem möglichst guten Zustand zu hinterlassen. Und dann habe ich alles getan, was ich auf die Schnelle tun konnte. Und dann werden wir uns den Problemen draußen im Meer zuwenden. Es wäre ja auch furchtbar gewesen, wenn ich hier ganz alleine mit Rabenmund sitzen müsste. Ach, so übel ist er gar nicht. Er kann wirklich gute Brötchen machen. Stimmt, ihr habt seine Backkünste wirklich scherzen gelernt in den letzten Tagen, oder? Oh ja. Ja, aber fahren wir dann jetzt erst nach Elberum und schauen euch jetzt dieses komische Feuergras da an, oder nach Kunichom? Ich möchte ja nicht unbedingt nach Elberum. Weißt ja, Jalan und Abelmir und vielleicht auch ich haben da nicht unbedingt Freunde. Fang jetzt bitte nicht wieder mit diesem Waisenhaus an. Naja, ja, das ist es halt. Die Bäume sind uns immer noch nicht besonders positiv gesonnen. Ja, aber Garnizitiana sagt auch, dass wir vielleicht in der Bibliothek von Elberum mehr über dieses dämonische Bild erfahren könnten. Und Elberum liegt auf dem Weg. Vielleicht, wenn wir einfach einen kurzen Stopp machen auf dem Weg nach Kunichom. Oh, dann können wir auch einen kurzen Stopp in Malkis machen. Hm, lasst mich kurz überlegen. Liegt Malkis nicht in die andere Richtung? Ich meine, es liegt an, an, an... ...dem, äh... Kalmbusen. Kalmbusen? Wie spricht man es richtig aus? Kalmbusen? Ah. Bei mir scheitert es ein wenig daran, dass ich nicht genau weiß, wo Malkis liegt. Ich bin auch nie dort gewesen. Äh, nun, das haben wir doch auf der Karte gesehen. In Zorga, erinnert ihr euch? Ah nein, ihr wart nicht. Ah. Ich weiß, wo der Kalmbusen ist. Und wenn ihr mir sagt, dass Malkis dort liegt, dann liegt das eben so auf dem Weg wie Elberum. Ja, ja. Also, wenn wir einen Elberum halt machen, dann würde ich vorschlagen, auch einmal zu machen. Ja, müssen wir den Kapitän mal fragen. Wo ist der faule Sack überhaupt schon wieder? Ja, ich weiß nicht. Er hat sich wieder in sein Zimmer eingeschlossen und zeichnet wohl irgendwas. Ja, Mira, sei doch mal ein Schatz und hol eben Abelmir her. Ja, ja. Hol mal eben Abelmir. Weißt du, Abelmir? Das klingen wie Tatzen an eurer Tür. Äh, Gott, dieser Bär. Das seht schon wieder. Wurde er nicht gefüttert, oder was? Ich komme ja schon wieder, ja. Hast du es etwas gleicher bei dir, Mannes? Äh, ihr habt es auch auf Tasche? Ich bin doch nicht Rafim, ich habe doch nicht mal Fleisch dabei. Na gut. Ich mache mal vorsichtig die Tür auf. Ja, Mira, braves Mädchen. Was ist denn? Verstehen ihr Sie? Wo, wo will sie denn jetzt hin? Wir gehen wohl besser nach. Gut, dann machen wir das mit der Prothese später weiter. Ja. Ja. Wie, hier haben Sie so schnell? Oh, wer hat Abel mir gebracht, oder hat sich jemand noch ein großes Stück Hefandenfleisch verdient? Oh, mein Mädchen. Ihr ist so klug. Ja. Was gibt es denn? Eine kleine Kursänderung. Äh, wir müssen zunächst nach Elborum und dann nach Malkes, bevor wir ihn gründlich nochmal anlegen. Ist das in Ordnung? Darf ich fragen, warum? Wir dachten uns, es liegt auf dem Weg. In Elborum erhoffen wir uns weitere Informationen aus der Bibliothek. Das sagte ja Kanizetiana, dass wir uns dort einmal umsehen sollten. Warum in Elborum? Ehrlich gesagt, ich bin ein bisschen skeptisch, was Kanizetianas Quellen angeht. Ich bin recht überzeugt davon, dass wir etwas finden, wenn wir seinem Hinweis nachgehen. Aber ich wüsste trotzdem gerne, woher er solche Dinge weiß. Und er sprach ja auch von Malkes, ja. Nun ja, Malkes ist einleuchtend, aber Elborum, die sind dort nicht sehr willkommen, könnte man sagen. Ja, ja, das weiß ich. Ich wollte sogar mir auch schon ausreden, aber... Was war das mit dem Waisenhaus, oder? Es war kein Waisenhaus, es war ein Glücksspielort. Ja, aber dann gehen nur Diamantiss, ich und Zulamin von Bord und ihr bleibt einfach an Bord sitzen. Und ihr wollt Informationen sammeln? Ja. Was soll das denn heißen? Ich bin super mit Informationen sammeln. Nichts für ungut, aber welche Sprachen könnt ihr denn lesen? Also alle gemeinsam. Urzulamidia. Oh Gott. Das ist etwas. Und Rafim schüttelt einfach den Bibliothekar so lange, bis die Informationen aus ihm herauspurzeln, oder? Oh, das war jetzt auch mein Vorschlag, ich wollte gerade schauen. So funktioniert Bibliotheksrecherche, glaube ich, nicht. Nicht? In aller Anfahrt hat das ausgezeichnet funktioniert. Ich glaube, ich werde euch begleiten müssen. Ja, ich auch. Ich glaube, das wird auch bestimmt lange genug her sein, die erinnern sich sicher nicht mehr dran. Ja, das ist richtig. Wie lange leben wir denn eigentlich? Nicht so lange, oder? Nicht in Jarlans, nee. Nun ja, also Elbbrum. Ja, nur einen kurzen Abstecher. Nur hoffen wir, dass keiner abgestochen wird. Ja, jetzt machen wir doch nicht unseren Ausflug kaputtabel, mir. Ich bin schon sehr gespannt, wenn wir den Hafen in Janka verlassen, ob sich draußen auf dem Meer irgendetwas gebessert hat. Meint ihr, wir haben die blutige See etwas zurückgedrängt, dadurch, dass wir den Malmur getötet haben? Na ja, ein gutes Stück bestimmt. Wir haben ja nicht nur den Malmur getötet, sondern auch etwas viel Bedeutsameres getan. Die Pforte geschlossen. In der Tat. Ja, dann fehlen ja nur noch, ähm, ich weiß nicht, wie viele von diesen Dingern es gibt. Zu viele. Ja, zu viele. Dann fehlen ja nur noch zu viele. Ach, es wäre wunderbar, vor der elburischen Küste wieder klares Wasser zu sehen. Nun, darauf will ich nicht wetten. Aber schauen wir einmal. Also, Elbogen. Nun, ich schätze, drei bis vier Tage werden wir brauchen. Bei gutem Wetter fällt es schneller. Aber wenn ihr jetzt mitkommt, Sulamin, was ich natürlich gut heiße. Wer kümmert sich denn hier um eure Scheiße? Wenn ihr wollt, lasse ich eine von meinen Trollsackerinnen hier. Die macht sich bestimmt gut als Visierer. Oh ja, Meschrab. Meschrab würde sicherlich gute Arbeit leisten. Ja. Meschrab, die mit den Zweiecks. Ja. Hat doch Isha schon geantwortet? Nein, bisher nicht. Aber es ging auch nicht besonders schnell mit dem Brief verschicken. Ich musste erst einmal die Leute zu Fuß nach Yasirabad schicken. Aber ich habe ihnen Geld mitgegeben, dass sie die Botenreiter bezahlen können. Und Charra soll sich einfach ein Pferd kaufen. Ich kann es nicht sehen, wenn er zu Fuß geht. Ach, das habe ich euch noch gar nicht gesagt. Ich habe ihn nach Fasar geschickt. Er soll meinen Brief an Rishalia überbringen. Ja, ich denke. Bitte. Ja, der war mir eh unsympathisch. Umso weiter der weg ist, umso besser für uns beide. Ja, und ich dachte mir, vielleicht bringen ihm die Bahn Kalilie ein wenig Vernunft bei. Ja, sonst hätte ich das gemacht. Aber es bot sich bisher noch nicht an. Ja, es ist wenig heldenhaft, jemanden zu verprügeln, der schon so viel eingesteckt hat wie er in der Schlacht. Ja, früher hätte mich das nicht aufgehalten. Aber mit Boltakstraining und der Armbrust mache ich gute Fortschritte, möchte ich sagen. Ich entwickle mich noch zu einem Vorzeigechor geweinten, möchte ich sagen. Also sollen wir sie dann holen? Sie macht bestimmt eine gute Visierer. Ja, und wir können ihr ja unseren Brötchenbecker zur Seite stellen. Und dann, wenn er frech wird, vermöbelt sie ihn. Ich dachte, wir wollen die Stadt aufbauen, nicht einreißen. Außerdem glaube ich auch, dass sie hier alleine nicht sehr glücklich wäre. Doch, wenn es hier gefährlich genug ist, ist sie eigentlich immer ganz glücklich. Hm. Ich denke, wir warten noch ein paar Tage, ob noch Antwort von Isha kommt. Und ansonsten werden noch diese Rondrianerinnen aufgetaucht. Ja, denen war mein Tempel übrigens nicht gut genug. Ein dämonisches Wesen. Da könnte man keinen Tempel drin bauen. Der ist ja auch noch nicht fertig. Außerdem hat das Tradition bei der Chorkirche. Also, ich habe schon den ersten Vorhang gekauft. Ich meine, okay, er ist unten ein bisschen angefackelt, aber... Dann war der nicht schön günstiger zu erstehen. Ja, also für umsonst, also... Wo habt ihr ihn gefunden? Naja, also, ich und die Kurga haben ja ein bisschen den nördlichen Teil der Stadt was abgerissen. Um das ganze Fleisch irgendwo zu begraben und... Ja, äh... Ich habe ja so ein Auge für sowas, müsst ihr wissen. Für Innendekoration? Äh, nein, für Sachen, die es, äh, für umsonst gibt. Das macht die Straße, Abelmir. Abelmir, das war doch offensichtlich. Ja, es ist offensichtlich, dass er kein Indie-Grotte ist. Das sagte ich ja. Aber, Abelmir, wenn ihr möchtet, können wir ja nochmal die Tempel zusammen besichtigen. Und, äh, dann könnt ihr mir alle ein paar, äh, Vorschläge machen, wo wir noch was hinhängen können. Ich habe schon einige Waffen in die Wand getrieben, damit es schön heimelig aussieht. Das ist gut. Oder vielleicht irgendwelche Banner mit Wappen oder sowas. Oh, habt ihr Banner? Hm, da lässt sich sicher etwas machen. Ich habe einen Schneider gefunden und ihm ein bisschen Stoff abgekauft. Ich glaube nicht, dass er momentan viele Kunden hat. Also, wenn ihr irgendetwas haben wollt, keine Ahnung, ein Raben oder Panther oder was auch immer, bestimmt kann er sowas anfertigen. Ja, ja. Ja. Gleich dein Wappen, Raffin. Ja, aber ich habe ja keinen Wappen. Du kannst doch Mira verewigen auf einem Wappen. Ja, richtig. Mira und, äh, Rommelis und, äh, was weiß ich denn noch. Vielleicht ein Mantikor. Ihr braucht noch einige Feuerschalen, um den Gestank zu vertreiben. Feuerschrein habe mir. Das sind hier Vorschläge, die ich hören wollte. Feuerschalen. Wunderbar, Idee. Und, ähm, ein Altar. Ja, ich habe mal etwas aus Stein gedacht, Boltax. Hast du da vielleicht eine Idee? Oh ja, ich kann dich ganz wunderbar beraten, was verschiedene Steintypen angeht. Also, an welche Farbe hast du denn genau gedacht? Ja, schwarz. Schwarz? Ah, okay. Das grenzt die Wahl schon mal etwas ein. Eher so ein granitiges Schwarz oder eher so ein glänzendes Schwarz? Oder lieber doch etwas matter? Hm, da kann man ja, äh, viel experimentieren. Denn möglicherweise möchtest du auch, äh, oben etwas, ähm, Rillen einlassen, um dein Blutopfer zu machen. Wie wäre es mit Blutachat? Oh, ja, das wäre, das wäre ein fantastischer Stein. Oh, ja, ihr macht alle so gute Vorschläge und jetzt weiß ich doch noch gar nicht, haben wir denn überhaupt noch Zeit dafür? Vielleicht auf dem Rückweg? Ich kaufe was in der anderen Stadt und bringe das dann mit. Das ist noch der Vorschlag. Wir kaufen den Scheiß in Kunjom. Ich denke, in Kunjom wirst du alles bekommen. Oder Vulkangestein aus der Heimat, wo die, äh, Stadt drauf gebaut ist. Ja, aber da müssten wir ja bis nach All-Anfahr fahren. Außerdem ist Vulkangestein sehr bröselig und porös und wenn er, äh, Blutopfer darauf machen möchte, dann saugt der Stein das ja auf. Und da kann man nicht so gut Blutrillen einlassen. Ja, ja, es ist alles richtig, ist alles richtig. Nicht zu Lamin, dann können wir auch was für den Raja-Tempel gleich kaufen, wenn wir eh unterwegs sind. Eine sehr gute Idee. Ich nehme an, Rosenquarz oder so etwas. Ja, und Amethyst. Hm, gute Wahl. Hat eigentlich irgendjemand, Lahalkasch, diese Sache mit der Schmiede auf dem Schiff ausgeredet? Mir kommt das immer noch komisch vor. Sonst stellen sich immer alle so an von wegen, dass das Schiff abbrennen würde und er will da eine Schmiede haben? Nein, es gibt keine Schmiede auf einem Schiff. Ja, ich glaube, der Mann ist nicht ganz richtig im Schädel, wenn ich das mal so sagen darf. Ja, ich habe ihm an, äh, dem Raja-Tempel auch nur das Dach machen lassen. Bei dem Inneren war ich irgendwie misstrauisch, als er anfing, von Metall zu reden. Ja, ja, das hat er aber gut gemacht. Ich war ja ein paar Mal da. Sieht gut aus. Ja. Hat er schön repariert. Und ich muss sagen, Metall birgt schon eine gewisse Ästhetik. Und das Dach glänzt jetzt so wunderschön. Ja, und man wird auch nicht mehr nass, wenn es regnet. Das finde ich auch immer schön, wenn Häuser vollständige Dächer haben. Ja, doch, schon. Da bevorzuge ich ja Höhlen. Die haben immer ein Dach. Sie sind eingestürzt, aber das wollen wir nicht hoffen. Ja, aber dann sind es keine Höhlen mehr. Wie nennt Zwerge eingestürzte Höhlen eigentlich? Bosch-kabosch. Und was bedeutet? Eingestürzte Höhle. Ist ja urinale. Ah, so sind wir jetzt Zwerge. Oh, und Bosch-Kamom-Bosch ist eine teilweise gestützte Höhle, in der es einen Wassereinbruch gab. Oh, das werde ich mir nicht alles merken können. Ah, ist nicht so schlimm. Du bist ja kein Zwerg. Ja, ne, ich passe ja auch gar nicht mehr in die Tunnel. Also außerdem auch die Tunnel höher. Äh, erinnerst du dich an die Mine, wo wir gewesen sind? Ja, ist ein guter Punkt. Wir sind nicht gerade dafür bekannt, dass wir klein waren. Ja, da habt ihr viel von erzählt. Da war ich ja nicht dabei, aber du hast gesagt, ähm... Ach ja. Da hätten mehrere Rafims übereinander gepasst. Ja, ja. Du warst ja gar nicht dabei. Ja, da war ich ja noch in der Blutkerbe. Und so könnt ihr doch einmal die Geschichte von der Blutkerbe erzählen und wie Eltern Gorbaz euch durch den Mineneingang notste.